Musik 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 Oh Gott, Michaela! Also du hast gesehen, er hat mich einfach umge... 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 Oh Gott! Ich glaube, ich habe meine... meine Hüfte wie gezahlt Oh Gott! Warte, ich hole einen MT! Nein, mir geht's gut! Oh nein, Mika! Mika, nein! Mika! Geht's mein Motorrad cool? Ich glaube, sie leidet ziemlich, ich beende das Nein! Ich beende das, sie leidet! Warte! Los geht's! Oh, mein Motorrad geht's gut! Ey, habt ihr Medic gerufen? Ich hab mal anders, alles gut! Ich glaube, ich habe Schleudeltraumel Hier ist 50 Ich will nichts sagen, aber der Knechtler sieht voll und nicht gesund aus Mann, Mika, was machst du denn, oh Mann? Ich glaube, der muss in die andere Richtung zeigen Ich hab... Ey, deine roten Haare sehen richtig fürchterlautig aus Ach so, das sind deine Ich hab in die andere Richtung geguckt Guck mal Kann ich mehr? Die blauen haben wir auch in die andere Richtung geguckt, was hab ich gesehen Ja Sag mal, was hast du denn die andere Richtung? Ahhhh Na, wir haben uns mal für die Zähne Willst du die in die andere Richtung? Oh, mein Motorrad, Leute, mein Motorrad fahren, haben wir einen Medic da? Aua! Beim Motorrad fahren, haben wir einen Medic da? Ich glaube, wir brauchen da einen Piede Was? Soll ich doch einen Medic rufen? Nee! Ich hab nach neinander... Ich hab nach neinander... Ich bin ein bisschen verwirrt, ich bin voll auf den Kopf gefallen Guck mal, kommt mit meinen Helm ist so ein ganz schrumpelig Schrumpelig Die Dame Ja, ich? Ja, haben wir nicht umgefahren? Ja, wir haben sie nicht gesehen und ich glaub, sie uns nicht Ich hab auch nicht gesehen, ich war so schnell und ich noch schneller Hat einer Hat einer Hat einer ein Repairpack zu verkaufen Kippe 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 Weitere nicht Ich ruf mal Dietlian ab Weitere nicht Ist er nicht hier? Ja, ich bin ja eigentlich auch in der Werkstatt aber ich kann dir leider nicht helfen Und das ist denn, die Praktikanten sind immer super Ja Läuft gerade, alles bisschen schief Was ist denn bei der Moppet? Läuft gar nicht Die Jungs in Blau haben das umgefahren Dietlian Hast du ein Rupert-Kit dabei? Ja, schau mal bitte, mein Motorrad-Crime. Ja, Jungs, ich nehme euch das nicht grupp, wir haben beide nicht geguckt, ja? Alles in Ordnung. Ja, okay. Aber wieso hast du eine Clowns-Maske auf? Hast du Tizian gerade am Telefon? Was? Ja, ne? Ich hab auch. Dann sagt Tizian mal, er soll mir auch mal eins nennen. Das ist mein Markenzeichen, okay? Ach so, bist du der Lustige von den dreien? Ja, genau. Ach so, okay, verstehe. Ja. Na, da, 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 da.